Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Depp Und wir spielen heute Versteckspiel, das heißt, beim Versteckspiel müssen Taucher den Hai meiden, bis die Zeit abläuft Das ist ganz einfach Bisschen Dead by Daylight Feeling dann, ne? Bisschen Dead by Daylight Feeling, mit Hai und Wasser, Tobi Oh, Depp by Daylight Aber ich glaube, wir haben sogar schon mal Verstecken ausprobiert Haben wir auch, ne? Ja, haben wir auch schon mal gemacht, das war voll geil Ja, komm, rauf geht's, Tobi, such uns doch Bitte nicht Ich weiß, irgendjemand hatte damals ein übles Versteck oben, irgendwie in so Netzen drin oder sowas Ja, das kann nur Erik gewesen sein, der cheated immer Ich weiß noch, ich weiß noch, Curry, wir hatten mal einen Showdown, weißt du noch? Showdown? Ein Showdown Weißt du da oben in der Höhle? Ja, ja, das war voll geil Wo ich dich die ganze Zeit gesehen hab und du mich auch Ja, natürlich Und ich hab nur gewartet Und ich hab mir dann irgendwas zurechtgelegt, wie ich das dann mache, aber dann war's zu schnell einfach Schade Ja, das war echt cool Ha, Showdown, ach Tobi, bitte Showdown Postillon Also weißt du, was du für das Nee, weißt du, wenn ihr hier anfängt über mich zu lachen, dann mach ich das jetzt einfach von der Höhle Weil Sponkspob nicht richtig aussprechen Sponkspob Sponkspob Sponkspob, ich find das so gut einfach Sponkspob 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 Wer ist, wer ist denn der Hai? die ganze zeit wir haben noch zeit um uns zu verstecken leute wie lange da oben links läuft die zeit ab was machst du da richtig geflogen ja und er sich jetzt schon runter oder was ja ich bin schon schwimmen und sich irgendwie das so gar nicht sehen ist das schwierig das ist doch dann voll das geht doch gar nicht man muss es halt wollen ich schaff das immer ich finde ich habe es sei wieder so eine runde wo ich euch nicht einmal sehe macht doch macht ihr nicht so ein kopf darum kommen ja es ist doch nur ein spiel die beiden lachen sich da nur wieder aus das passt doch hey was will er denn jetzt poseidon fanatiker was toby hey wir haben doch das war doch keine zeit das war keine zeit die abgelaufen ist entschuldigung toby das habe ich wahrscheinlich falsch gedeutet ja ich bin dann hier hat vorbei geschwommen also den toby gesnackt das bin ich gerade an ihr vorbei geschwommen ich hatte voll angst dass du mich siehst so wie jeden morgen das war ja komplett vergessen jetzt sind wir alle erich nur du nicht ich mach turmspringen finde ich persönlich nicht so gut ehrlich gesagt weil wir gefunden wurden und blutsch warte mal der erik hängt bestimmt wieder in so einer höhle in irgendeinem gras drin oder so wieder so einen unmöglichen winkel ausgedacht haben ja ja so in so einem seetagen weißt du irgendwo komplett offensichtlich das ist nicht wahr wir müssen vielleicht doch ein bisschen mehr verstecken das war lustig ja eigentlich schon ja lustig ach so müssen wir zurück zum menü ja ich dachte wir können von hier aus noch mal ich dachte auch hey müssen wir jetzt im menü ja ich glaube schon oder aber normal spielen weil das der nicht doch dann sonst immer wieder ja ja das könnte ich starte einfach direkt noch mal ich muss dass man das hauptmenü gerade ja ja wird aber wieder gestartet ist direkt kurzes verschnaufspäuschen und dann geht es direkt wieder weiter wie also getrete fractured ok genau ist richtig zwischendurch ist jedem hei wieder für fit finden jetzt leckeren seehund das ja das hast du doch auch gesagt ich kann ich habe ich alle im blick aktiviert ja wow da kacke dem auf t-chat da bin ich da sehe ich mich fahrrad ist es wieder und ich war das geht hier haben wir angeln gehen leute ach du scheiße ist das denn jeder würde ich aber nicht ein schwimmen ist das ein schiff hier oder was er hat auch hat ruhig schwimmen da rein jetzt augen so durch alles die versunkene stadt der wahnsinn und pan kommt jetzt schon ja ja ach du scheiße was machen wir denn jetzt wow das ist wirklich hart das ist doch nicht ganz setzen kannst du dich mal richtig verstecken die ging nicht auf distanz tobi das ging auf ich weiß aber das ging trotzdem ich da hat nichts gemacht wo wie kannst du jetzt mal nicht so rummeckern die ganze gut da kann ich will nicht suchen jetzt schaffst du eh nicht ja 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 alter eric wo war der hat ja ja wasser wenn ihr lieb seid geben wir euch tipps wo wir sind kannst du nicht mal brauchen wir nicht okay dann nicht finde ich doch bis zu top ist der tipp ist dann du musst mich suchen wie man spielen ich habe so angst erikard ich auch Der ist einfach ein fucking Sniper, Juni. Weißt du, als ich das gerade probiert habe, es hat nicht geklappt und beim Erik jetzt schon zweimal oder was? Ja, Tobi, du musst halt die richtige Technik haben, ne? Ach, Körger hat's Maul. Tobi, also ich finde das jetzt gar nicht gut. Ich meine, du bist ein Hai, klar, du bist hier unfreundlich und so, aber man kann das auch anders lösen. Ne, sehe ich nicht. Denk doch mal an die guten alten DVD-Zeiten zurück, Tobi. Als ich als erstes mal tot war, das ist schön gewesen, ja. Tobi, der ist hier irgendwo, der schießt. Ja, ja, der hat Harpune, pass auf. Der hat Harpune. Harte Pune hat er. Meine Frisur mit Harpune. Weißt euch gleich die Harpune, ja. Ach, komm doch, trau dich doch, wenn du willst. Zwei Hälften. Ach, guck mal, da ist er wieder vorbeigeschwommen. Du bist so ein Arsch. Hey, ich dachte, wir helfen euch ein bisschen. Nee. Ich weiß nicht, ob du die Wahrheit sagst. Boah, jetzt damit der Autorbe- Guck mal, schon wieder vorbeigeschwommen. Ha, 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 ha. Ha, ha. Das ist ja höchst, äh, höchst amüsierend. Amüsierend? Hä? Was ist denn, Erik? Ich bin gerade irgendwo festgehangen. Oh, Alter. Oh, Alter, was passiert? Oh, nein. Alter, da hab ich voll erwischt. Tui, boah, ich hab nur deine Silhouette die ganze Zeit gesehen. Aber irgendwie, das ist, wenn du vor dem schwarzen Ding, mit schwarz schwirfst, ist das echt übel. Vor dem Schwarz mit schwarz. Aber jetzt ist ja einer von uns. Nein, Erik, bist du nicht, oder? Wir können auch Allianz machen, oder? Ich bin Kannibale, ich ernähre mich gerne von Hai. Ja, geil. Nice. Ich bin raus. Putt, 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 putt. Aber wenn ich einen von euch kriege, dann freue ich mich. Reicht dann schon. Safe wird er mich gleich töten, ich weiß das schon. Nee. Ui 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 ui. Ui ui wu ich meine Grenze. Twin Python, heißt der Zeit ist schon geschafft. Ich hab Pan gefunden. Ja. Nice, Vivi, bist ein nicht guter Sucher. Das kriegen wir hin, ey. Ja, okay, das ist aber echt schwer, so die einen kleinen Taucher zu finden. Vor allem, wenn das so ein Hinterherdchen ist. Der Curry ist halt so winzig, ne? Ja, ich bin ein Mini. Ich bin ein Müsli-Riegel für Haie. Du kleiner Tyrion, wo bist du denn? Tyrion? Oh, mir ist immerhin vorbei. Ich war da so schlimm. Aber ich sehe rings um mich herum, sehe ich sehr viel Grün. Ja? Und Wasser. Und Wasser? Ja, also direkt bei mir sehr viel Grün. Muss ich mal so sagen. Du weißt schon, dass hier alles Grün ist? Nee. Nicht alles. Aber vieles. Du bist also im Bundestag. Jetzt wird eure Zeit kommen, Leute. Ihr könnt mich finden. Der muss irgendwo hier sein. Der bewegt sich aber. Was? Ich bewege mich. Ich habe hier in der Trastatur gehört. Hä, das ist nicht meine Trastatur. Hä, was bist du denn du für eine Schlinge? Du hast gar keine Trastatur. Du bist ein Hai. Sehr viel Grün. Ich habe doch da gerade was gesehen, Alter. Der muss eh wohl hier sein. Der muss eh wohl hier sein. Ich habe den gerade gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen. Oh, wo? Ja, das war in diesen Dingern hier oben. In diesen Dingern? Oh, oh. Fast geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Ich sehe euch ja gar nicht. Wo seid denn ihr hin? Ich sehe sehr viel Grün. Ja, ich auch. Und Wasser. Ah, nein, nein. Oh. Ja. Ach, krass. Die Pan. Alter, ich habe mich so erschrocken gerade. Nee, nee. Warte mal. Curry hat gewonnen. Ja, ja, ja. Ach so. Hast du nicht. Hä? Das stand doch aber noch da oben. Du hast ihn noch gekriegt, oder? Ja, du hast mich auf jeden Fall noch gefressen. Ja, eigentlich schon. Hä? Eigentlich hat er erig gewonnen von den Punkten, oder? Also die Zeit war auch abgelaufen, aber eigentlich hat er erig gewonnen, ja. Ja, keine Ahnung. Alter, ich habe mich gerade so erschrocken. Heilige Scheiße. Das war so typische Filmsituation, weißt du, du guckst die ganze Zeit gerade aus, und dann auf einmal hinter dir BAM! Aber was, warst du oben in diesem Seetank, quasi? Ich war im Seetank, ja, aber an so einem, also halt viel Seetank, ne? Aber ich habe mich auch bewegt, dann bin ich ein bisschen rumgeschwommen. Kann ich nicht sein, jetzt high zu sein? Ja, komm mal. Doch, Pan, jetzt darfst du dich verstecken, Pan. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Jetzt ist deine Momente, Pan. Jetzt ist richtig los, jetzt. Betrete Station. Richtig nach vorne. Ich glaube es, ich glaube es. Jetzt ist es soweit. In der Station, Leute, da kann Pan auf jeden Fall aufleuchten jetzt. So. Wenn ich so mache, wackeln meine Bubis. Oh, man zieht sich in die Kamera. Oh, bei mir auch. Wenn ich so mache, wackeln meine Hoodies. Hä? Oh, bei mir nicht. Oh, Mann, ey. Ach, schön. Die Hoodies, jetzt noch keine Hodor-Actionfiguren. Wie sind die Hoodies? Wie sind die Hoodies? Haben dein Zuhause? Haben kein Zuhause. Oh, kalt. Oh, Pan muss wieder so. Oh, nein. Warum bin ich denn da high? Das hatten wir, glaube ich, damals schon mal gehabt. Das ist doch scheiße. Hä? Oh, Mann. Das wäre viel cooler, wenn man das irgendwie auswählen könnte. Guck mal, mein Messer. Oh, na, Tobi, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Tobi, Alter. Weißt, was du da in der Hand hast, oder? Oh, geil. Na ja, dann wollen wir mal. Sonst macht das doch einfach so, Pan. Ein Schlitz jetzt für einen von uns und du versteckst dich als high. Nee, das zieht mich ja leider. Das wäre voll lustig. Ja, Mann, ey. Pan? Ja. Also, ich bin auf jeden Fall unter Wasser. Nein, 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 ich mach das jetzt hier schon. Ich wollte gerade sagen, ich bin normal hier schön alleine. Ich krieg das hin. Ich krieg das alles hin. Oh, ich hör, ich hör Herz klopfen. Das ist mein Herz. Ja, ich krieg das schon hin. Alles gut. Pan, wenn du mich wieder so erschreckst, kack ich mir in die Hose. Mein Herz es bübert. Es bübert. Oh, ich glaube, Pan hat gerade eine Wand kaputt gemacht. Ja, hat dich das angehört, ne? Hab ich gesehen, ja. Richtig, richtig wütend bin ich hier jetzt gerade, ey. Ich streiche hier gleich alles zusammen. Boah, Curry. Was denn? Du Diebstähler. Es tut mir leid. Was musst du denn hier sammeln? Einfach, keine Ahnung. Ich glaube, da kriegst du Punkte oder so. Ja, auch für Waffen wieder, oder? Nee, Waffen kriegt man ja keine. Nee, du kriegst, glaube ich, diese Punkte, wo du dann irgendwie Level abkriegst oder so. Irgendwas war da. Ich glaube, es ist nicht richtig. Ich habe gerade was gehört, ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht doof. Ich habe doch gerade was gehört, Alter. Oh Gott. Da hat schon wieder, ich glaube, Pan hat gleich Kopfschmerzen. Ach, du heilige Scheiße. Was trugelt denn hier? Was trugelt, Erik? Nee. Ich glaube, Pan ist ein bisschen sauer, kann das sein? Pan? Das kann sein. Ja, aber ich will auch mal Taucher sein. Oh, der kleine Hai. Kann ich auch mal Captain sein? Komisch. Ja, mein Vater heißt auch, Vater. Ich sehe aber ganz anders aus. So lustig. So, lass das mal wieder gucken, ey. Ja, lass mal machen. Oh, fuck. Scheiße, du Arsch. Oh. Was ist denn hier los? Ich habe Platzangst, Hilfe. Dann musst du weniger essen. Ja, okay. Ich habe es verstanden, Tobi. Ich habe es verstanden. Ich habe auch immer Angst zu platzen. Kann ich eigentlich auch hier aus dem Wasser rausspringen? Das wäre lustig, oder? Ey, Leute, ich bin auf dem Boot. Gleiche Idee, cool. Ja, Erik, aber Schicksal. Pan, ich bin nicht auf dem Boot. Ich gucke doch auf dem Boot, Mann. Jetzt verarschen die mich. Jetzt wollte ich sehr... Aber ich kann wirklich rausspringen, ne? Ja. Ja. Cool. Ja. Oh Gott, Pan. Ey, warte mal kurz. Pan, 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 Pan. Na, Mann, ey. Oh, mein Gott, Spaß, immer Hai zu sein. Ich bin voll doof. Wir gucken gleich mal, dass wir das ändern können. Nein, das Spiel will immer, dass ich Hai bin. Nein, das ist einfach dumm. Was will mir das Spiel sagen? Pan, wo bist du? Ich fliege jetzt. Oh, denn. Nee, du brauchst gar nicht... Ich gehöre, du brauchst jetzt gar nichts zu machen hier. Oh Gott, wo bist du? Boah, cool. Hä? Ey, was nie gerade passiert? Hä? Du hast selber gesagt? Hä? Ich habe mich selber getötet. Pan, was hast du jetzt? Was? Hä? Ja, weil ich kein Bock, auf Hai zu sein. Ich bin einfach rausgeschwungen und auszusehen an Land. Ich schieb dich rum. Guck mal, ich gucke in deinen Mund rein. Ich weiß nicht, Torete. Was? Guck mal, Pan, lächeln voll. Der Richtigty Brock. Ich bin kein Mitleid-Skills, Mann. Ich bin keine Mitleid-Skills, Mann. Selfie-Time mit Pan. Ich bin keine Mitleid-Skills. Das ist ja gemein. Ey, was für Mitleid-Skills? Alter, was machst du denn? Ach Gott. Ja, die Sonne ist ja ... Hat Curry jetzt? Selfie-Time mit Pan. Ich bin so ummotiviert jetzt. Ach nein Pan, komm. Sei nicht traurig. Wir machen gleich, dass du noch mal high sein kannst. Nein! Das freust du doch die ganze Zeit. Ich mein, im Verstecken, sorry. Nein! Es ist komisch, ob bei den anderen Maps irgendwie das geklappt, aber hier nicht. Aber Curry dürfte jetzt keine Harpune mehr haben. Hör auf! Ach komm, Alter. Immerhin einer, der jetzt mit mir high ist. Okay, Pan, dann müssen wir jetzt alles daran setzen, dass wir die auffressen, Pan. Das wird Zeit. Ja, du weißt... Merk hier die Orte. Das sieht so dumm aus, wie mir da runterfällt. Vor allem, wo kommt der denn bitte her? Also, das würde ich gerne mal wissen. Und wie ist das Boot in dieses Quartett hier reingucken? Da sind ganz viele Schätze. Obinator... Lalalalalala... 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 Oh, der Tobi, der Tobi, der Tobi sah mit den ganzen Schatz. Lala... Krasser Typ. Erich, ich hab' jetzt, lass' dir unten, das lass' ich dir liegen. Nee, das ist okay, das ist okay. Wie wär's mal mit Tipps, Leute? Oh, ich wusste, dass die da... Oh, der ist da, wo die ganzen Schätze vorher lagen, wo nur noch unten die Reihe voll ist. Ich weiß nicht, was das heißt. Stimm gerne. Ich weiß absolut nicht, was das heißt. Was denn hier los? Ist das deine Muschie? Ach, fuck, ey. Hä, Tobi? Boah, Alter, wie die ganzen Schätze hier rausfallen. Das ist so ne Piñata. Wie ne Piñata. Okay, Erik. Oh nein, er hat fast gewonnen, er hat fast gewonnen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er schnell? Nein. Du dreckiger Camper. Katzengold. Ich hab echt gecampt. Ich hab gecampt wie ne Sau. Du bist ne dreckige Arschloch-Sau, Erik. Jetzt gegen Ende. Ich hab mich in der Ecke versteckt. Hä, ich würd auch campen. Die Verbindung nochmal dumm. Hä, alle gehen doch was raus. Ja, geh hier raus, ey. Kein Bock geht's jetzt. Okay, Pan, warte mal. Wir gucken nochmal, dass wir das aussuchen können, vielleicht. Ja. Oder wir machen nochmal einen anderen Modus kurz. Hier, ich mach jetzt Taucher. Ich will Taucher sein. Ah, vielleicht war's das. Ah, ich glaub, ich hab hier was angekreuzt. Entschuldigung. Ach, lol. Ich will immer Hai sein, so ein Kreuz, weißt du? Ne, oder? Wo hast du das gemacht? Hier, unter Karten wählen. Was? Ich dachte, ich kann da meinen Taucher auswählen und meinen Hai. Deswegen hab ich da draufgegeben. Ach so. Ich will immer Hai sein. War das zweideutig? Nein. Was? So, jetzt müsste es aber cool sein. Bist du sicher? Warte mal, wo kann ich das? Ich will das auch machen. Sicher. Warte, so. Mhm. Stimmt, ich konnte am Anfang den Hai... Okay, wir probieren's nochmal. Wenn du jetzt wieder Hai bist, lassen wir's sein, okay? Ich bin so doof, ich konnte aber immer... Vor jedem Spiel hatte ich ja den Hai, den ich mir so auswählen konnte. Guck mal, aber guck mal unten. Unten links, bei uns in der Gruppe, da haben Pan und ich blau und ihr seid Lealer. Ich glaub, die haben auf egal gestellt, oder? Ja, das kann sein. Ja, wir sind egal. Wir sind egal. Ja, nice, dann ist das ja richtig. Pan, da bist du jetzt Taucher? Jaa, Etzu! Wenn du jetzt wieder frei bist, dann lach ich. Ich glaube schon, weil das galt, glaub ich, nur für Blut und Gold, ne? Ja, aber dann, warum sind denn dann da unten trotzdem die Farben so gewesen? Das kann ich dir jetzt an dieser Stelle nicht machen. Ja, toll, frag doch mal den Poseidon. Hm. Den kann ich immer fragen. Vielleicht kann der mir auch Infos über den Megadon auch geben. Äh. Ah, ja, okay. Hallo? Was, Pan? Ich bin, äh... Tobi ist es! Tobi ist es! Tobi ist es! Jawoll! Wow! Wenn du jetzt zuerst stirbst, ne? Dann rass dich aber aus, Pan. Hä? Woher bist du das? Bei dir drei nur in der Linkseid. Tobi ist rot. Ah, alles klar. Okay. Ja, okay, haben wir alle nicht drauf geachtet. Ey, Pan, was geht ab? Oh nein, Tobi ist der Hai. Das heißt, wir sind alle tot. Hi, Pan, was geht? Jetzt bist du einfach direkt gefressen nach 20 Sekunden. Lick schmierker. Lick schmierker. Oh, es ist Vladi. Tobi, denk an du, was Diät machen. Dierki. 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 Tobi, ich bin sehr fett und schlecht für deine Diät. Auch das, gerade den muss er fressen, Tobi. Ne. Hm. Ist nur fett und sägen. Wenn ich Erik aufesse, schmeckt er nach Kinderschokolade. Ja, genau, Tobi. Aber nur noch fünf kleinen Riegeln. Das sind zwar so eine Sparenpackung. Nein, nein, nein. Das sind die großen. Große Packungen. Eine Packung komplett. Also wenn du den Erik zuerst... Ich kann jetzt sagen, wo er ist. Okay? Warte kurz. Hä? Was bist du für den Arsch? Oh Gott, du hättest mir grad geschrieben auf Steam. Danke. Kann man das nicht ausmachen? Ne, ne? Das man hat? Das sieht man aber als Hai nicht. Boah, die Map ist halt echt übel, ne? Ist nicht so einfach. Sie ist ein bisschen dunkel. Er ist da hinten. Ach komm, was ist das? Ach ja, komm genau. Du hast doch vorhin gesagt, das ist nicht auf Nahkampf. Äh, auf Fernkampf. Ey, ich war vor dir, Tobi. Bei mir sah das nicht so aus, ob du direkt vor mir warst. Du warst voll weit weg irgendwie noch. Ja, dann zieh mal dein Fernglas an, Tobi. Bei Curry kann man die Nähe schlecht einschätzen. Okay, Tobi, ich schick den Screenshot, wo ich bin, ja? Ich schick den Foto. Keine Ahnung, das Kampfsystem von dem Game ist irgendwie lame. Ich komm damit nicht klar. Okay, Entschuldigung, Tobi. Ich verstehe auch nicht, wie die Alzheimer um die Ecken kommen und so. Ich schwirr erstmal 10.000 Meter geradeaus, wenn ich zubeiße. Tobi, ich schick das bei Facebook jetzt, ja? Hm. Danke. Warte, 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 ich schick's dir wirklich, Tobi. Ich schick's dir, warte. Ich werde da bleiben, Tobi, okay? Ehrenwort. Wirklich, Tobi. Pass auf. Oh. Ich schick's dir, ich schick's dir. Ich schick's dir. Ich schick's dir. Hm, hm. Mhm. Au. So. So. Jetzt haben wir hier den. 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 Tobi, mach dich bereit. Hier, Tobi. Hey, Pan, jetzt kannst du mir helfen, siehst du? High five. High five. Da bin ich, Tobi. Er schickt gerade echt ein Bild, weißt du, von der Mauer, Alter. Was ist los mit dir? Hey, was für eine Mauer? Bist du blöd? Das ist doch keine Mauer, Tobi. Nee, stimmt, Curry, du hast recht, das ist absolut keine Mauer, du hast recht. Hey, das ist Felsenrechts. Hey, ja, aber ist doch nicht, ja. Ist Felsen jetzt keine Mauer? Alter, er ist voll studiert, er ist richtig studiert, der Junge. Ja, aber ich bin doch nicht vor einer Mauer, Tobi. Pan, ich schicke dir das auch. Nein, schick mir das nicht, geh weg. Erik, schicke ich das auch. Pan, das ist keine Mauer. Endlich. Was ist denn mit denen, ey? Da wärst du echt geschickt. Ich bleib da. Hey, da steht der Mauer, Mann. Ja, aber nicht da, also ich gucke ja wohin. An deinen kleinen, irrigierten Penis guckst du, ja? Ach, da leck mich doch am Arsch, dann helfe ich euch ja gar nicht mehr. Also ich dachte, ich bringe ein bisschen Spaß hier rein, aber nein. Hör, ich hab hart genacht. Ich hab hart genacht. Haben wieder die ganzen Haie wie bei einem Stock im Arsch. Ich hab hart genacht, Curry. Ich fühle mich sehr beleidigt. Ja, guck mal, Tobi, da bist du doch gar nicht so falsch. Schwimm ich lieber weg. Ja, dann schwimm doch weg. Ich bleib da, Tobi. Ich bleib da. Du warst wirklich nicht falsch. Das Ding ist... Oder war das Pan? Ich weiß nicht, ob das Pan oder Tobi war. Das ist halt viel zu klein irgendwie. Also die Männchen, man sieht die halt fast überhaupt nicht. Ach so. Vor allem der Erich deckt sich jetzt halt Jojo soll ich mal machen. Tobi, das ist nicht schlecht, wo du gerade bist. Wirklich nicht. Der Erich schlug wieder am Seetang rum. Oder bist du das Pan da beim Container? Nee, beim Container bin ich. Ja, das war nicht schlecht, Tobi. Ich hab's gesehen. Guck mal auf das Bild. Da könnte auch ein Container zu finden sein. Curry, ich hab da keine Ahnung jetzt von. Mann, das dauert mir jetzt nicht. Jogi, du warst doch grad bei diesem verschwächtenen Kopf. Ja, ich bin immer noch nach dem Container, Mann. Komm, lass uns in Escape Room spielen, da sind wir schneller. Wieder richtiger Profession. Ah, Tobi, oh, oh. Container ist da. So. Ja. Scheiße. Ja, Erik, was ist denn da wieder? Yay, Tobi, schön. Gut gemacht, Tobi. Soll das Kindergartengärtner werden. Kindergartengärtner. Kindergartengärtner. Ich planche die Kinder ein. Kindergartengärtner. Was ist denn heute, warum ist die los, ey? Ja, keine Ahnung. Ja, hier sind alle studiert heute. Ey, hör mal, studiert's immer. Hä, wo ist denn der Erik? Ich weiß, wo er ist. Ne, weil sie, ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Der geht mit das schon wieder, ey. Ich hab keinen Bock. Ja, aber dem Erik gehör ich's halt auch, ne? Na gut, im Verstecken war der Erik schon immer gut. Heirat ihn doch. Boah. Das, das kriegt der Erik gut hin bei den Games. Okay, der Curry wusste genau, wo ich... Nein, 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 ich wusste wirklich nicht, wo er ist. Ich hab ihm im Screenshot geschickt gerade. Oh, Gott. Ich gewinne ja auch noch. Wertvollster Spieler, Curry, weißt du? Ja, weil ich für beide Seiten mitgeholfen hab. Ich hab Probin schon ein Foto geschickt, obwohl ich immer, ähm... Ich hab keine Angst gehabt, ein Bein zu verlieren, das ist halt. Ach so, ich auch, okay, okay. Ja, dann freu ich mich ja schon auf Uno. Ja, ich freu mich auch. Ja, da war ja noch was. Ja, war tolles Spiel. Können wir auch Menschen ärgerlich nicht spielen, ne? Es hat mir sehr gut gefallen. Ja? Ich suche mir jetzt einen anderen Beruf. Tschüss. Probe ja auch zu fappen jetzt. Ich muss fappen, Curry, ich muss. Ich muss, ich muss. Ich muss fappen, ey. Aber kann er mich ja mal bei mir aus dem Display rausgehen? Mit seinem Seven Days to Die? Ja, das kommt bei mir auch immer. Das blende bei mir nicht mehr raus jetzt. Das steht die ganze Zeit in der Blut. Michael will sich aufdringen. Schei. Man sieht's nicht in der Aufnahme, aber das Steam Overlay. Doch, bei mir ist die Wax. Oh, 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 oh. Das geht aber auch nicht mehr weg. Geht das bei dir weg? Doch, bei mir geht's weg. Also, bei mir war's jetzt nicht da. Bei mir zeigt das jetzt die ganze Zeit durchgehend an. Ja, was willst du machen? Michael, viel Spaß. Wir spielen jetzt eine Runde-Runde. Michael, ich. Michael, spiel mal auf unserem Server und mach mal irgendwelche Gräben und so fertig. Geil. Keiner Typ. Komm, nächste Folge vier gewinnen. Los geht's. Ja, sicher. Auf geht's, bin ich dabei. Ja, bin ich sofort dabei, ja. Let's go. Let's go. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschui, cheerio. Tschui, cheerio. Mega-Toolonnen. Mit Poseidon auf dem Rücken. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschui, hier.